Eine Berufslehre in der Schweiz als perfekter Start in die Arbeitswelt. Längst nicht alle Jugendlichen haben für diesen Schritt die besten Voraussetzungen. Gabriel erzählt mir heute seine Geschichte, wie er vom Lernenden mit starker Sehbehinderung bis zum Berufsbildner wird und inzwischen eine wertvolle Fachkraft für sein Unternehmen ist. Ich bin Marc Purtschert und das ist die 20. Folge von Inside Berufsbildung. Hallo Gabriel, schön bist du da. Hallo Marc, schön sind wir gekommen. Gabriel, vielleicht kurz zusammenfassen, wer bist du? Wie wirst du dich beschreiben in drei, vier Sätze? Ich bin ein junger Softwareentwickler, der in der IT arbeitet. Ich arbeite gerne mit jungen, lernenden Zusammenarbeit, der sich während der Entwicklung in dieser Zeit entwickelt und diese Entwicklung spannend findet. Und gleichzeitig selber auch mit vielen Herausforderungen oder Challenges muss die Schlage kommen. Eben in Bezug auf meine Sehbehinderung. Kannst du uns vielleicht ein bisschen, soweit es geht, mitnehmen? Du hast gesagt Sehbehinderung. Was heisst das für deinen Alltag? Du hast jetzt gesprochen von vielen verschiedenen Challenges, die du hast. Ich sage mal so, im Alltag bedeutet es einfach, dass du vielfach eine Extrameile machen musst. Irgendwie mehr Aufwand betreiben, um das Gleiche zu bekommen. Sei es jetzt beim Kochen oder beim Waschen. Du musst irgendwie kennzeichnen, welche Farbe deine Lieblings haben, damit du es richtig waschen und nicht im falschen Topf rierst. So diese Sachen, wirklich klassische Alltagssituationen, wo wir visuell gerade Entscheidungen treffen, muss ich anders lösen. Das braucht Ideen. Und natürlich auch Orientierung ist ein grosses Thema, das mich immer wieder stark beschäftigt. Neue Wege lernen, Hindernisse auf bekannten Wegen, bis zur Verwirrung, wenn auf bekannten Wegen Hindernisse ist. Ist man wirklich auf dem richtigen Weg oder ist es einfach nur ein Hindernis dort? Das sind so meine Challenges in den Tagen. Würdest du sagen, die Challenges machen deinen Alltag oder dein Leben grundsätzlich anstrengender, als vielleicht auch das Leben von anderen? Oder sagst du, hey, aus dem herause bin ich eigentlich so anpassungsfähig und lerne so viel, dass ich eigentlich umso stärker werde oder bin? Beides. Es gibt Momente, wo es halt wirklich ein Stress ist. Als ich jetzt das Studium angefangen habe oder der Arbeitgeber gewächst, dann musste ich den Weg lernen, um dort hinzukommen. Ich kann ja nicht immer Begleitpersonen mitnehmen, jeden Tag. Zu diesem Zeitpunkt ist es dann ein Stress und auch ein Faktor, wo du denkst, du fällst mehr zur Last. Aber sobald dann quasi die Phase durch ist, dass du irgendwie jetzt deine Sicherheit hast für den Weg, wo du gehst, ist dann eigentlich schon der positive Aspekt, dass du anpassungsfähig bist und bleiben musst. Du hast uns auf dem Podcast kontaktiert und hast gesagt, hey, ich habe eine Geschichte zu erzählen. Ich wäre da und würde auch darüber reden. Und ich habe dann schnell auch gespürt, eben jetzt mit dir, wo wir auch telefoniert haben, dass du eine Geschichte hast, die wir auch erzählen müssen, die die Leute wissen müssen. Und ich glaube, gerade mir oder auch ich eingenommen, wo ich jetzt im Alltag vielleicht zu weit weg bin und mir das einmal gar nicht bewusst ist, dass es Menschen oder auch Jugendliche gibt, die eine Behinderung haben oder eine Beeinträchtigung. Und ich habe kurz einfach ein, zwei Zahlen noch vorbereitet. Wundersamt für Statistik sagt 5% von den Kindern und Jugendlichen in der Schweiz, die eine Behinderung haben. Am häufigsten sind körperliche Behinderungen. Laut dieser Statistik, wenn ich jetzt von 90'000 Schulabgängern rausgehe, Schulabgängerinnen, dann sind wir bei zwischen 4'000 und 5'000 Jugendlichen, was das doch betrifft. Und das alles sind ja schlussendlich auch potenzielle Lernende. Das sind alles Menschen, die wir auch möchten, im Arbeitsleben gut integriert haben. Und zu deinem Weg, abgesehen vom Alltag, hast du dir ja irgendwann nach der Schule gefragt, was machst du, oder? Ja, also es geht alles ein bisschen länger bei mir. Und das hat früher angefangen in dem Sinn, weil du hast ja dann irgendwie recht schnell gemerkt, irgendwann musst du arbeiten und was machst du dann und was kannst du dann? Und irgendwie reicht es dann halt vielleicht nicht, wenn du dich das erste Mal mit irgendeinem Beruf beschäftigst. Weil, ja, du musst vielleicht viel anschauen, um wirklich zu merken, dass es einem geht oder nicht geht. Nur ein Einblick in den Beruf. Man kann das Falschbild vermitteln und du hast das Gefühl, es geht. Und wenn du keinen breiten Einblick hast, hast du dann halt verloren. Und darum braucht es ein bisschen mehr Zeit. Also viel intensiver musst du auch, hast du eigentlich an den Heren gehen? Ich jetzt persönlich nicht, aber grundsätzlich ja. Für mich war klar, IT, weil irgendwie ich mich für den Computer interessiert und dort habe ich dann einfach so zwei Fachrichtungen gehabt und habe dann irgendwie durch das Schnupperen gemerkt, dass das eine ist damals noch recht physikalisch gewesen, mit Kabel und so, und Programmieren halt nicht. Und darum war dann für mich schnell klar, ich schaue mich vor dem PC, da ist alles recht Standard und der Bildschirm kommt nicht umeinander und muss ich kein Kabel stecken, für das kann ich dann jemand anders schauen. Das sind dann so die Aspekte, aber wenn du jetzt mehr Möglichkeiten hast, vielleicht fanden es jetzt massieren und Thema gewesen wäre, dann müsstest du wie auch noch dort hineinschauen, was bedeutet das? Du brauchst schon ein bisschen mehr Zeit, um wirklich die ganze Breite von einem Beruf kennenlernen zu können. Ich nehme an, du wirst ja auch in der Schule, auch in der Primare, aber in der Oberstufe auch, die Challenges schon gehabt haben, oder? In verschiedenen Sachen, die du gemacht hast. Ist für dich aber trotzdem klar gewesen, hey, ich kann auch den regulären Weg gehen, ich kann auch mich für einen Beruf informieren, ich kann auch eine Lehre machen? Ist das gar nicht in deinem Kopf gewesen, zu sagen, hey, vielleicht muss ich auch irgendetwas Spezielles machen, weil ich ein bisschen andere Voraussetzungen habe? Nein, bei mir ist das für mich gar kein Thema gewesen. Ich bin auch jetzt vom Umfeld irgendwie immer dort unterstützt worden. Klar ist, wie man mal gesagt hat, die Möglichkeiten gäbe es noch, aber es hat mir nicht jemand gesagt, mach den Weg, sondern mach deinen Weg. Insofern habe ich auch nie ein Thema gehabt, Mittelstufe, Oberstufe, ja, es ist alles mit zu Bord natürlich gegangen, aber nicht jetzt noch separate Schulen oder so. Nachher zu den Lehrern, es gibt ja verschiedene Arten von Lehrrechnung, das ist ja dir dann auch gesagt worden, das hast du dann auch erfahren, es gibt ja zum Beispiel IV-Lehrer, die man in einem geschützten Rahmen macht, dann gibt es sogar PRA, wo man zwar kein eingenössisches Zertifikat hat, aber wo es auch in vielen Prüfen angeboten wird. Aber du hast gesagt, ich mache eine EFZ-Lehrer. Also ist das wie an deinen Ehrgeiz gewesen oder hast du einfach keinen Grund gesehen, wieso soll ich nicht so eine Lehre machen können, trotz meiner Sehbehinderung? Wahrscheinlich ist es ein Stück weit beides gewesen, würde ich jetzt heute rückblickend sagen. Aber ich glaube, damals war es mehr so, ich würde das machen, wo mir Spass macht. Unabhängig davon, ob es das mit oder ohne Behinderung irgendwie geht oder ob es das EFZ ist oder nicht. Wohl, EFZ war schon ein Thema, das ich da haben wollte, weil es halt das EFZ ist. Aber meine Gedanken habe ich mir dort gar nicht gemacht. Du bist noch so jung, du hast mehr Leute rundherum, die sich Gedanken machen als du selber über diese Sachen. Du machst dir später dann die Gedanken selber noch ein bisschen intensiver, wenn du dann irgendwie in der Lehre bist oder nach der Lehre zum Stillsuchen. Dort wird es dann noch ein bisschen intensiver. Du hast ja gesagt, du hast ja immer gute Unterstützung gehabt. Du hast aber sicher auch mit negativer oder kritischer Stimmen umgehen, oder ich denke gerade in dieser Zeit, dann von der Berufswahl. Nein, ich jetzt nicht wirklich. Ich habe nicht viele Leute gehabt, die mir gesagt haben, nein, vielleicht haben sie das gedacht, ich meine, das ist fair. Aber gesagt hat man es natürlich nimmer. Aber ja, man bildet es sich dann ein bisschen ein, wenn man im Bewerbungsprozess ist und so eine Absage nach der anderen kommt. Immer so nach dem Schnuppern. Da denkst du immer so an, entweder bin ich zu blöd oder weiss los. Und dann kommst du halt schon ein bisschen ins Strudeln. Also ist der Job es richtig? Wenn es mich nicht wegen den Augen oder beides oder gar nichts ist, ist es einfach zwischenmenschlich nicht gepasst. Das kann ja sein. Du hast in dem Fall mit vielen Absagen jetzt kämpfen gehabt. Du hast gesagt, du hast jetzt früh angefangen, hast gewusst, ich muss intensiv dorthin, ich muss das wirklich spüren, ist das etwas. Und nachher hast du dich auch viel beworben. Ja, schon. Also man ist ja ein bisschen davon ausgegangen, dass es so kommt. Weil es ist halt die Situation, also da geht mir ja jetzt beim Einstellen selber auch ein bisschen so. Du kommst in irgendeine Bewerbung rüber und du weisst halt, wie nicht, wenn da jemand kommt. Es ist ein Risiko. Unabhängig davon, ob jetzt die Person behindert oder nicht, du hast ein Risiko, wenn du jemanden einstellst. Sei es in der Lehrjahr oder nachher. Und wenn du dann in dieser Situation bist und du als Bewerber auf dieser Seite stehst und dich das Risiko selber nicht sehen möchtest oder noch nicht sehen möchtest, du hast, weil du halt einfach noch nicht die Erfahrung hast, dann kannst du dir dann eben schon sagen, ja, das Risiko war jetzt so gross, für eine Person mit Behinderung einzustellen, dass man einfach sagt, ja, man hat Angst davor und sagt darum, nein, ja, wenn es vielleicht eben gepasst hat. So etwas kann man ja nicht persönlich nehmen, aus meiner Sicht. Das ist ja auch allgemein bei Absagen, auch jetzt sonst, wenn man keine Behinderung hat. Aber kannst du eigentlich sagen, du nimmst es gar nicht so über den Betrieb, weil er einfach das Risiko als zu höch geschätzt hat. Oder trotzdem mal ist es gleich halt so gewesen, dass du dir dann all die Fragen gestellt hast. Genau so. Heute ist es mal rückwirkend auf die Selbezeit wie gleich. Also bin ich froh, dass ich dort gelandet bin, wo ich gelandet bin, weil es eine coole Zeit war. Und ich habe das Gefühl, wenn jetzt ein anderer Unternehmen, das mehr Scheisse davon hatte, mir die Chance jetzt gegeben hat, hätte es vielleicht auch in die Hose gehen können. Also rückwirkend bin ich froh, wie es gelaufen ist. Aber wenn ich jetzt quasi wieder bewerben würde, bin ich wieder gleich weit. Also das leidt sich nicht. Sobald du wieder im Bewerbungsstudel drin bist, dann scheisse es dich wieder an, wenn du eine Absage bekommst. Wie viele Absagen hast du bis zu dieser EFZ, zu dieser Informatikerlehre gekommen bist? Ja, irgendwo um die 30 rum wahrscheinlich. Und trotzdem hast du eigentlich die Hoffnung nicht aufgegeben gehabt? Ich habe noch eine Bewerbung offen gehabt. Also gefühlt hast du aufgegeben. Rational hast du mir gesagt, du musst aufgegeben, aber irgendwie habe ich halt nicht oder gar nicht gedacht gedacht, dass ich aufgeben könnte. Und dann ist die Zusage gekommen und dann Highlight. Wie ist es zu dieser Zusage gekommen? Du bist ja vor Ort wahrscheinlich gewesen. Ich habe das Gefühl, du hast dich auch einfach gut verkauft, oder? Weil du hast vielleicht auch das Risiko oder die Angst, die du könntest nehmen können. Wie ich die Angst habe können, weiss ich nicht. Es war vielleicht auch wirklich Mut. Aber wie ich überzogen habe, hat mir den Lehrmeister, also die Berufsbildner, mal noch gesagt. Wir haben ihn beigeladen worden zum Vorstellungsgespräch, ganz normal. Und ich soll mich halt dort präsentieren. Und dann irgendwie ist es zum Thema gekommen, ich soll ein PowerPoint machen, um mich zu präsentieren. Ich weiss nicht, ob es meine Idee war oder von ihnen. Es spielt auch keine Rolle. Ich habe dann das gemacht. Eigentlich habe ich das immer gerne gemacht. Und ich habe dann gedacht, ja weiss, wenn man Vorstellungsgespräche hat, du musst dich vorbereiten, dass du sagen kannst, warum du zu diesem Unternehmen willst, was machen sie. Weil das ist bei der Fragerunde und ich dann so weiss nicht, was sagen. Und da ist halt dann wie auch kein guter Eindruck. Und ich habe mich dann wirklich vorbereitet, also mit der Webseite halt von ihnen. Viel mehr habe ich dann noch nicht gemacht. Und habe dann noch mindere Vorstellungen mal noch gesagt, so da, da ist noch da, wo ich mich über euch informiert habe. Und habe dann das gemacht. Und im Gespräch ist dann nachher quasi das Feedback gekommen, ja gut, wir lassen unsere Präsentation jetzt auf der Seite, weil du hast eigentlich das Gleiche gesagt. Und da ist so der Moment gewesen, glaube ich, wo einer von den entscheidendsten Faktoren in meiner Berufslaufbahn quasi durchgeschlagen hat. der Wille und die Motivation, um etwas zu machen. Hauptsächlich die zwei Faktoren sind die, die am Schluss entscheiden, dass du es schaffst. Weil du hast Niederschläge, du hast schwere Situationen und eines von beidem muss dann einfach stärker sein, dass du es weiter machen kannst. Und das habe ich dort wie einmal ihnen zeigen können und aufgrund von dem habe ich dann irgendwie überzeugt. Wahrscheinlich noch mit anderen Sachen, aber das war so das prägende Ereignis quasi. Und das hat dann eigentlich dazu geführt, dass du die Lehre angefangen hast. Und das ist vielleicht noch mal wichtig zu betonen, es ist eine klassische EFZ-Lehr, kann man sagen so. Und eben, das ist ja auch mega spannend. Ich glaube, gerade auch für Firmen, jetzt gerade auch aus der IT-Branche, wo ein grosser Fachkräftemangel herrscht, wo auch darauf angewiesen sind, die Fachkräfte zu haben, die lernen auch zu haben. Und darum, ja, vielleicht gibt es auch hoffentlich mehr Betriebe, die sich mal sagen, hey, das Risiko ginge ich ein. Ich glaube auch an den jungen Mann oder an die junge Frau. Aber es nimmt mich natürlich Wunder nachher, als du die Lehre angefangen hast. Es ist ja klar gewesen, dass du wahrscheinlich die einzige Person bist, die auch mit dieser Voraussetzung dann in die Lehre kommt. Jetzt hast du schon andere Voraussetzungen in der Berufsfall gehabt, jetzt kommst du in die Lehre. Es war wahrscheinlich wieder klar, für dich habe ich andere Voraussetzungen als meine Mitstifte, oder? Wie war das nachher von deinem Gefühl? Hast du dich gleich gefreut auf die Lehre und hast gesagt, hey, gut, jetzt zeige ich auch nochmal allen, was ich kann. Wie war das? Das war eine gute Frage. Der erste Tag in der Lehrefreude ist was anderes. Du bist aufgeregt. Du stehst nicht am Morgen auf, juhu, juhu, ich habe die Schule. Es ist so Schule und alles neu. Das ist halt ein kleiner Stressfaktor, aber jetzt nicht mega. aber nachher hast du dann schnell irgendwie Gemeinschaften, wo die Schliessen in der Schule mit deinen Klassenkameraden, mit deinen Mitstiften und vielleicht habe ich auch Glück gehabt, das kann auch sein und habe dann wirklich auch die guten Leute gehabt, die wir zusammenarbeiten konnten und sie haben einen so akzeptiert und genommen, wie man dann war. Das ist halt auch viel wert. Also das Umfeld hat dir ein gutes Gefühl gegeben. Ja, genau. Mit dem kommt dann auch die Sicherheit hinein. Wie ist es denn aber gewesen jetzt im Alltag innen selber? Du hast gesagt am Anfang von deinen Challenges die du hast mit der Orientierung oder eben zum Beispiel beim Waschen, wo das Kleider angeht und so, Farben. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn du jetzt ins Büro gekommen bist oder an eine Sitzung gegangen bist oder auch in der Kaffeepause am Morgen? Was sind da die Challenges gewesen, die sich andere vielleicht gar nicht vorstellen können oder gar nicht darüber Gedanken machen? Ja, im Sozialen sind es weniger Challenges gewesen, weil irgendwann kennst du die Schule rättsräumlich oder das Gebäude auf dem Geschäft. Die sozialen Aspekte sind dort weniger das Thema, weil eben man weiss es ja und dann kann man entsprechend auch miteinander reden. Wenn du Hilfe brauchst, holst du sie. Irgendwie Kaffee rauslassen oder so ist dann je nachdem das Thema, wo ich Hilfe gebraucht habe, weil wo ist der Schlitz, wo ich das Geld kann reinlassen oder so Sachen, aber dort ist weniger das Thema gewesen, aber was mehr das Problem gewesen ist in der Schule sind dann quasi die Aufgaben. Irgendwie Diagramme interpretieren, zeichnen, wo es halt wieder grafisch wird. Dort hat es dann mehr Schwierigkeiten gegeben. Und dort hast du dann Hilfe bekommen oder wie hast du das gelöst? Ja, natürlich habe ich auch Support-Kides von Lehrern, die auch einen mega guten Job gemacht haben. Neu Jahr plus Lehr, immer gut gewesen. Dort habe ich Support bekommen, wenn etwas gewesen ist, aber, und von der Klasse auch, aber was sicher noch entscheidend war, ist der sogenannte Nachteilsausgleich, wo ich definieren kann, aufgrund von Fachstellen, quasi, was sind sinnvolle, wichtige Massnahmen, um den Nachteil, wie ich wegmachen kann, darum Nachteilsausgleich, damit ich eine äquivalente Lehrerin machen kann oder Ausbildung geniessen wie die anderen. Und dort hatte ich eben viel Verständnis von allen Seiten plus gute Beratung und Intuition von mir selber, um zu sagen, was brauche ich, um die Lehrerin gut abschliessen. Vielleicht noch kurz ein Nachteilsausgleich, also wie kann ich mir das vorstehen, zum Beispiel in einer Prüfung, dass es jetzt geheiss hat, die Aufgabe musst du nicht lösen, weil sie so grafisch war. Nicht zwingend, das wäre so ein Extremfall. Klassische Massnahmen waren die Mehrzeit, ich weiss nicht mehr wie viele es da gewesen sind, aktuell sind wir bei 60% Mehrzeit, was sehr viel ist. Also rein konzentrationstechnisch ist es so hart an der Grenze, dass es gar nichts mehr bringt. Wenn du eine anderhalbstündige Prüfung hast, 60%, also noch tough. Mehrzeitfaktor plus du kannst das könnte jetzt vielleicht schwierig werden zum Vorstellen für die anderen. Wenn du ein Diagramm hast, ein Kuchen Diagramm, je nachdem wie gross die Küche sind, entsprechend hast du ja mehr Anteil von irgendetwas. Und jetzt ist wie so der Punkt, ich kann aus dem Diagramm irgendwelche Informationen herauslesen. Und entweder musst du dann nachher aufgrund eines Textes das Diagramm zeichnen oder aufgrund vom Diagramm irgendwie deine Informationen auslesen. Und du kannst eben auch mit den Aufgaben umformulieren, dass die grafische Part wegkommt. Und das ist ja jetzt auf Ebene Schule so wichtig zu verstehen. Was ist denn auf Ebene Betrieb gewesen, der dich unterstützen konnte? Weil ich kenne die Informatik nicht im Detail, ich bin früher selber nie sehr viel grafisch vor, sehr viel mit dem Geseh verbunden. Was hast du dort für Hilfsmittel gehabt? Wie hast du dich in dem Sinne durchschlagen, dass das gleich funktioniert? Oder es waren doch vier Jahre Lehrer auch gewesen? Früher war visuell eine andere Situation wie Ende Lehr. Aber früher konnte ich noch mehr visuell machen. Also jetzt interpretieren. Zeichnen ist eh immer scheisse gewesen. Aber das Interpretieren ist hier noch besser gegangen. Und so viel Grafisches hast du auch nicht zu finden. Das kommt darauf an, wie im Gebiet, dass du unterwegs bist. Wenn wir Game Entwicklung machen, dort wäre es der falsche Ort. Aber wenn du im Business Bereich unterwegs bist, wo irgendwelche Daten hin und her schiebst, dann ist weniger grafisch. Das heisst, die Arbeit hast du entsprechend gut machen und gut lernen. Ja, die Aussagen waren immer etwas, dass ich mehr Zeit brauche, um meine Sachen zu machen. Aber ich mache es auch neuer, was am Schluss eine bessere Qualität mit sich bringt. In den vier Jahren deine Lehre ging. In der Zeit bist in Pubetheke und alles drum und dran. Was so oder so auch immer eine riesen Challenge ist. Aber jetzt noch mehr mit deinen Bedingungen. In diesen vier Jahren lief es auch nicht glatt gelaufen? Nein, gar nicht. Im zweiten Lehrjahr, ich glaube Sommerferie ins zweite Lehrjahr hatte ich einen grossen Rückfall visuell. Ich war lange im Spital und auch in der Schule war. Ich konnte aber effektiv gar nichts mehr wahrnehmen. Ich habe einfach dort gehackt und dazugehört, was die Lehre erzählt hat. In gewissen Englisch, Deutsch ist kein Problem. Da kann ich mir etwas mitnehmen. Aber mir dann irgendwie Käbel angewägt und was es für Phasen hat. Dann denke ich mir so, wenn ich so lange weiss nicht, was ich eine Farbe ist. Das war heftig. Wahrscheinlich alles in allem waren es etwa drei Monate, als ich ab vor Welt war. In der Schule. Hat es einen Moment gegeben, als sich gefragt hat, ob die Übung abbrechen? Ich kann nicht sagen, dass sie das in einem Namen hat gedacht, man hat es mir nie gesagt und man hat es dann auch nicht gemacht, weil es kommt schon wieder. Es war das positive Denken. Ich weiss nicht, was sie gedacht haben, aber es hat Ärzte gegeben, die mir am ersten Tag, als ich in Spital warfen, so einen Ring geworfen. habe ich zum Glück selber nicht wahrgenommen, weil ich zu viele Schmerzen hatte und mich auf anderes konzentriert habe, aber der hätte schon ein Game Changer sein, im Negativen sein. Wenn ich den gecheckt hätte, wenn man den gesagt hätte, schau nie mehr, wer es dann geworden wäre, weiss ich nicht. Er sagte, du kannst nie mehr arbeiten, aber du hast gesagt, glaube ich nicht, oder du hast gedacht. Ich habe es beschäftigt, ich weiss nicht. Ich habe es einfach wirklich nicht gehört, die Eltern waren dabei, die haben gehört und natürlich hat fast an Deckung geklärt. Aber ich nicht gehört, wo alles durch war, ich erfahren, dass die Situation gegeben hat. Also manchmal besser, weil wir nicht alles mitbekommen. Es ist spannend, Schicksal, dass ich es gut, das ist eines von den Kompensationsfaktoren in meinen Jahren, aber dort haben es im Moment gesagt, ich lasse mal nicht. Du hast am Anfang gesagt, du kannst es auch verstarren rückwirkend, wenn es für Firmen zu grosses Risiko ist, wenn Firmen Angst haben, zu einer Jugendlichen Chance zu geben. Wieso lohnt es sich trotzdem? Eine Firma kann ja sagen, er kann arbeiten, aber jetzt fällt er aus, oder wie geht es nach Nacht lernst, können sich so viele Fragen stellen, wieso lohnt es sich trotzdem das Risiko einzugehen und daran glauben an Jugendliche? Also zum einen ist grundsätzlich die Motivationsfaktoren, die du für jeden Lernende hast, unabhängig von der Behinderung, du willst für den Beruf etwas machen, für dein Unternehmen etwas machen und unter dem Strich willst auch das Beste für den Lernenden haben. Und was jetzt in Bezug auf mich oder auf irgendeine Art Behinderung das Thema ist, habe ich jetzt auch normal intern mit dem aktuellen Arbeitsgeber noch abklärt kann. Es ist so der Wandel, der bei den Mitarbeitern passiert im Umgang miteinander. Sobald irgendwie ich oder so in einem Team auftaucht, verändert sich die ganze Dynamik, man geht anders miteinander um. Also es sind jetzt nicht Welten, aber es ist einfach anders und es ist positiver wie vorher und dort bringst du generell einen Mehrwert anderen Mitarbeitern nicht zwingend bringt. Das ist spannend, weil du hast mir das in unserem ersten Gespräch gesagt, dass in deiner Schulklasse auch krass war, dass die Klasse so eine positive Dynamik hatte und einen speziellen Zusammenhalt, weil sie auch dich hatten. Wie eine Entwicklung der Soft ist, so hast du mir das beschrieben. Unbewusst die Skills Förderst unbewusst die Skills der Mitarbeiter fördern, wenn man so jemanden einstellt. Auch in der Schule war es genau das Gleiche. Auch in der HF war es immer das Feedback zu sagen, dass ich eine gute Klasse zusammen habe. Das förderst schon. Ich merke es auch in der Ausbildung mit unseren Lernenden. Klar, du bist in der Pubertät und wenn du sagst, wenn du in einem Restaurant sind und ich auf das WC kenne ich wo der WC ist. Dann ist wir selbstverständlich um mich begleiten, dass ich weiss, wo es ist. Und ich glaube auch, das ist etwas, wo sich ein Unternehmen nicht, egal wie ich sage, wie studiert, wie viele Abschlüsse etc. hat, aber diese Skills kannst du dir als Unternehmen gar nicht einkaufen, wenn du nicht eine Person hast wie dich, der einfach das Umfeld dazu zwingt, zum Mitdenken, zum Bedingungen anpassen, sich Gedanken machen, die vielleicht vorher nie über Jahre ein Thema gewesen sind in einem Betrieb. Ja, das soziale Verantwortung geben, das hast ja eigentlich du schon gesagt, es findet zum Teil auch das Umdenken statt, das wird auch den Unternehmen bewusst etwas zurückzugeben und ich glaube, was auch ganz klar im Raum ist, Fachkräftepotential, das Menschen wie du auch mitbringen und wir sehen es auch an den Zahlen, das ist das Potential und gerade jetzt, wo alle, praktisch alle Branchen auch ja, ich sage ein bisschen auch am Motzen sind beziehungsweise am Verzweifeln zum Teil, wo sind die Leute, dann lohnt es sich umso mehr auch jemandem eine Chance zu geben. Ja, was einfach auch noch wichtig ist jetzt in dem ganzen Thema mit behinderten Menschen in Prüf integrieren, es darf wie nicht so eine Quotesituation geben, sie müssen wie immer noch gut sein, sie müssen ihren Job immer noch gut machen können, nur wenn wir jetzt Quotesituation hätten und du einfach mich einstellen weil du brauchst jetzt jemanden der diese Quote erfüllt und ich würde meinen Job schlecht machen, dann hätte niemand gewonnen. Wir dürfen jetzt nicht den Markt füllen mit Leuten, die den Job nicht machen können. Der Umgang mit den Leuten, die behindert sind, aber den Job nicht gut machen können, weil es der falsche Job ist, der ist schwierig. Das merke ich, wenn ich jemanden der kommt mit etwas und ich merke es eine Schwäche, wie kann ich ihm jetzt absagen, weil ich weiss, wie ich es kann. Das ist vielleicht ein spannender oder wichtiger Punkt für Betrieb. Es geht nicht darum, um sozial zu sein oder meine sozial verantwortlich gerecht zu sein, sondern du bietest genauso einen Mehrwert für das Unternehmen. Das ist vielleicht mega entscheidend, was du gesagt hast, dass es nicht wünschenswert ist, eine Quote zu haben, damit wir sagen, wir haben jetzt Sympathie und um das geht es nicht. Nein. Was du gesagt hast, ich möchte vielleicht noch auf den Punkt kommen, wir sind jetzt schon gegen den Schluss, aber du bist heute Berufsbildner, du hast selber Lernende. Wie bist du zum Berufsbildner gekommen? Ist für dich klar gewesen, ich möchte noch mehr zurückgeben, ich habe viel Unterstützung gehabt? Es war eine Bieridee. Im fünften Stock habe ich gehört, dass der andere geht, der Vorgänger von mir. Es hat mich gereizt. Ich weiss aber, ich kann jetzt nicht sagen, warum es mich gereizt hat. Ich einfach dachte, ja, das würde ich jetzt noch machen. So ist man zum anderen gekommen. Klar, nachher musst du einen Kurs machen, den du brauchst, damit du dich ausbilden. Der war schon eine Challenge. Ich habe es nicht alleine gemacht, wir sind das Zweite. Ich hatte auch wieder Support von dem Mitarbeiter und ging dann auch recht gut. Aber du hast schon Fragen gestellt, wie gehen sie mit mir um, wie gehe ich mit denen um. Weisst du, es gibt ja so die, in gewissen Unternehmen gibt es Regeln bezüglich Handy oder keine Ahnung was. Und ich will ja nicht checken, was machen sie jetzt auf ihrem Bildschirm. Und ich kann ja dann fragen, was machst du, dann können sie mir sagen, was sie wollen. So die Vertrauensgeschichte muss irgendwie rum sein. Was würdest du sagen, du als Berufsbildner was kannst du oder von was können die Jugendliche deine Lernende am meisten profitieren von dir? Was kannst du ihnen am meisten mitgeben? Also in Bezug vor echten Behinderung sind es schon ein bisschen Softskills und sonst sind es halt einfach Werthaltungen zum Beruf, dass du kannst Freude haben an deinem Beruf und auch dass wenn es schlechte Situationen gibt, ich glaube dort kann ich einspringen wenn einer kommt und sagt die Situation geht mir schlecht und kann einfach hin gehen und mein zweites Lehrjahr füren nehmen und zeigen wenn ich da hier konnte dann hast du jetzt auch Du bist vom Lernenden mit starker Sehbehinderung mit vielen Challenges auch mit Rückschlag in den vier Lehrjahren und bis zum Berufsbild und ich nehme an so wie ich dich kenne Dein Weg ist auch noch fertig dass du sagst jetzt habe ich es geschafft ich bin selber Berufsbild ich habe zu viel erreicht was du ja schon zweifellos hast aber die Masse geht ja weiter für dich oder du hast ja genau im August fängt das Bachelorstudium an in Zürich das ist auch eine riesen Challenge Zürich HB also war mittlerweile fühle ich mich ein bisschen wohl aber das war auch ein Point aber da geht es jetzt weiter sehr schön ja noch zum Schluss möchte ich aber dir das Wort nochmal übergeben hast einen speziellen Wunsch für die Zukunft in Bezug auf Berufsbildung aber auch auf den Arbeitsmarkt auch an die Unternehmen gerichtet aber auch an die jungen Menschen gerichtet was ist dir noch wichtig was immer wieder betont werden gesagt werden ja also ein grosses Takeaway von dem ist glaube so dass ich die Hoffnung kann durch meine tägliche Arbeit und so dass ich zum einen Unternehmen davon überzeugen dass sie trotz bisschen Angst den Mut haben zum Weg gehen und gleichzeitig würde ich sagen anderen Jungen behindert oder nicht gehen nicht auf und ja gehen nicht auf danke danke mal Gabriel danke für das offene Gespräch auch und auch schön zu sehen dein Engagement und ich finde du bist auf jeden Fall ein Vorbild für ganz viele Dankeschön ich danke auch noch die zugehört haben freue mich natürlich wenn ihr den Podcast abonniert auch Feedback Themen Ideen jederzeit gerne an mark.purge oder justi.ch und hoffe ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei wenn es heisst Inside Prostpildig